jetzt gleich sofort es kommt irgendwie so unrealistisch wie erst aber ich krieg leider mal ein paar punkte oder irgendwas zumindest eine schnellreise kann ich machen irgendwie irgendwie wirkt es jetzt gerade so unbefriedigend gerade wenn ich mich jetzt schleichen wird irgendwie volle ich mache ich mach das jetzt beinert fertig es wirkt gerade irgendwie so der massen hat wenig sequest beendet oder sonst was was ist übrig bei mir eine sache die uns noch bleibt sie war der rest unseres landes wir dürfen nicht aufgeben wir suchen immer noch muss mörder wir werden nicht wachen voraus das sollte ich jetzt machen wenn sich der controller mal wieder bewegt woher dann würde wieder auch größer werden okay anscheinend kommt es mir einfach nur so vor ja anscheinend kommt es mir einfach nur so vor es ist zu lange her dass wir für mehr als ein paar tage zusammen waren ja es scheint nur momente her er ist nicht einfach der weg dem wir folgen aber nur wenn du die tage zählst und nicht die ziele bei aber finde ich geil allein schon wieder mich nach alexandria zu kommen das sind alle extrem egal also man mehr zu richtig dass der fokus in dieser welt da steckt man merkt es man sieht es das finde ich richtig gut ich würde kurz sagen so nettes mit ich komme ein bisschen später nach danke das problem ist das genau der eine hinschaut verpiss dich verpiss dich umschau gerade stelle ich hin für deine königin dann schau sie ernst dein scheiße ernst nicht dass der ein wummel sich wieder umdreht hat er da bloß das erleben net mutter litt komst du bewegt ihr ich kämpf ich kämpf ich kämpf lieber weil sie sehr ist ja nicht normal oder kommen unsere drg Wenigstens mal ein paar Punkte. Wenigstens mal ein paar Punkte. Hat sich irgendwie nach mehr angehört. Nach mehr Gegner. Ich weiß ja irgendwie nicht, aber es hat sich definitiv nach mehr Gegnern angehört. Oder vielleicht sind unten zwei. Ich geimpfte schon die ganze Zeit. Wir werden die Wachen nach uns suchen. Da ist einer. Das ist unser Haverer. Was ist denn da los? Tiki! Was ist mir da eigentlich passiert, Leute, da unten? Warte mal. Wir haben einen Stich, Kettenangriff und let's go. Aber was hast denn du jetzt schon wieder vorgehabt? Ist das jetzt merken? Ich weiß nicht. Den kann ich schon von hinten auch machen. Oh, gut abgestochen. Sehr, sehr gut abgestochen. Er hat es mal wieder überlebt. Das ist eh clever. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nehmen mir die Schwere ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Bayek, Eier. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodorus. In das Haus des Hades. Und? Ist es jetzt wirklich voller Honig? Der Löwe. Oh. Sollten aber normalerweise noch immer zwei sein. Soweit ich weiß. Die Falle. Vielen Dank.